Die Angst vor dem Zahnarztbesuch ist F1 Viertel eher viele Kinder ein weit verbreitetes Problem. Es kann verschiedene GAA1 Viertel Ende Dafa1 Viertel ergeben, wie schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit, Angsthausler-Sendereize in der Zahnarztpraxis oder einfach die Vorstellung von Schmerzen und unangenehmen Behandlungen. Als Elternteil ist es wichtig, dem Kind dabei zu helfen, diese Angst zu A1 Viertel bewinden und positive Erfahrungen beim Zahnarzt zu sammeln. 1. Versteindernies und Geduld zeigen Der erste Schritt, um Ihrem Kind zu helfen, die Zahnarztangst zu A1 Viertel bewinden, ist es, Versteindernies und Geduld zu zeigen. Nehmen Sie die Angst Ihres Kindes ernst und versuchen Sie, herauszufinden, woher diese Angst kommt. Sprechen Sie ruhig mit Ihrem Kind A1 Viertel BER seine ANGST und harren Sie ihm aufmerksam zu. Geben Sie ihm das Gefahr 1 Viertel HL. Verstanden zu werden und dass seine Gefahr 1 Viertel HL wichtig sind. 2. Positive Erfahrungen schaffen Um die Zahnarztangst zu A1 Viertel bewinden, ist es wichtig, positive Erfahrungen in der Zahnarztpraxis zu schaffen. Vereinbaren Sie deshalb fra 1 Viertel zeitig regelmaarige Vorsorgeuntersuchungen und Zahnreinigungen F1 Viertel er Ihr Kind, auch wenn keine akuten Probleme vorliegen. So gewahr HNT sich Ihr Kind an den Besuch beim Zahnarzt und lernt, dass es nichts Schlimmes zu B4 1 Viertel er CHTEN gibt. 3. Vorbereitung auf den Zahnarztbesuch Eine gute Vorbereitung kann dabei helfen, die Angst vor dem Zahnarztbesuch zu reduzieren. Sprechen Sie mit Ihrem Kind A1 Viertel BER den Ablauf des Besuchs und erklaren Sie ihm, was bei der Untersuchung oder Behandlung passieren wird. Vermeiden Sie es, negative Assoziationen zu wecken und betonen Sie stattdessen die Vorteile einer guten Zahngesundheit. 4. Unterstar 1 Viertel Zung anbieten Begleiten Sie Ihr Kind zum Zahnarztbesuch und bieten Sie ihm Ihre Unterstar 1 Viertel Zung an. Halten Sie seine Hand, wenn es Hilfe braucht, und seien Sie FA 1 Viertel ERS da, um beruhigend auf es einzuwirken. Ermutigen Sie Ihr Kind, bei A-Ängsten oder Unwohlsein offen mit dem Zahnarzt zu sprechen, damit dieser darauf eingehen und das Tempo anpassen kann. 5. Belohnungssystem Ein-Verein-Viertel RENN Um positive Erfahrungen beim Zahnarztbesuch zu FA erhren, kann Ihnen Sie ein Belohnungssystem Ein-Verein-Viertel RENN. Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind, dass es nach dem Zahnarztbesuch eine kleine Belohnung bekommt, wie zum Beispiel ein kleines Geschenk oder einen gemeinsamen Ausflug. Dies motiviert Ihr Kind, den Besuch beim Zahnarzt mit etwas Positivem zu Werkener 1 Viertel FEN. 6. Vertrauen aufbauen Vertrauen ist eine wichtige Grundlage, um die Zahnarztangst zu A-1 Viertel berwinden. Bauen Sie deshalb eine vertrauensvolle Beziehung zum Zahnarzt auf und zeigen Sie Ihrem Kind, dass dieser ihm helfen matschte. Lassen Sie Ihr Kind Fragen stellen und unterst A-1 Viertel ziehen Sie es dabei, sich selbst und seine Bäder-1 Viertel-Affnisse ernst zu nehmen. 7. Professionelle Hilfe in Anspruch nehmen Manchmal reicht es nicht aus, als Eltern alleine die Zahnarztangst ihres Kindes zu A-1 Viertel berwinden. In solchen F-A-Len ist es ratsam, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein Kinderzahnarzt oder ein Psychologe mit Erfahrung in der Behandlung von Zahnarztangst kann Ihrem Kind dabei helfen, Strategien zur Bewahrheit der Angst zu entwickeln. Insgesamt ist es wichtig, die Zahnarztangst ihres Kindes ernst zu nehmen und ihm dabei zu helfen, diese zu A-1 Viertel berwinden. Mit Verstain-DNIS, Geduld und positiven Erfahrungen kann Ihnen Sie Ihr Kind dabei unterst A-1 Viertel ziehen, den Zahnarztbesuch als etwas Normales und Positives zu betrachten. Durch eine gute Vorbereitung, unterst A-1 Viertel Zungen und Vertrauen kann Ihnen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die Angst vor dem Zahnarzt A-1 Viertel berwinden und ihm helfen, eine gute Zahngesundheit zu erhalten. Untertitelung des Zahnarztes